Bei einem Muskelkrampf im Körper kann der Muskel nicht mehr richtig entspannen und nicht mehr richtig anspannen. Woran liegt das? Dass sozusagen der Nervenreiz, der Impuls vom Nerv auf den Muskel nicht mehr optimal übertragen wird, dass sozusagen ein diskontinuierlicher Reiz besteht und damit der Muskel eine falsche Information bekommt. Und die Reaktion des Muskels auf diese falschen Nerveninformationen ist dann häufig der Krampf, die Verkrampfung der Muskulatur.